Eccoci qua ore, benvenuti e ora bimostra, house of Switzerland, venite gomme! Ja, und da sind wir eigentlich. Das ist ein kleines Stück auf der Schweiz in Ore. Es gibt viele Sachen. Das erste house of Switzerland habe ich vor zehn Jahren erkannt in Val d'Isère. Es ist eigentlich so, wenn man Medaille gewinnt, wir kommen eigentlich d'Amab zum Feieren und die Fenster treffen. Ah, Tartare? Ja, das haben wir schon gehört. Ah, Tartare, quello! Dankeschön! Danke! E vous voyez, Yona, pour tout le monde, pas seulement de la fondue ou de la raclette, j'ai même de Tartare, et c'est super! Und ecco, come vi dicevo, questa è la Swiss House, ci sarà tante belle cose da mangiare e spero anche tante medaglie da festeggiare e questo verrebbe possibile anche grazie agli sponsor che ci sostengono, sostengono la Swiss House e, come vedete, Cran Montana è lo sponsor principale che è anche candidato a 2025 per i mondiali e quindi si potrebbero festeggiare anche là le medaglie. Ciao! Ciao!